Was ist da rein? Was ist die zweite Person? Sieht drin vielleicht noch? Ne, hier ist anscheinend alles in Ordnung, welches Betriebssystem. Sieht jetzt wie... Ach, wahrscheinlich, ich sag mal keinen Namen. Das ist, da fragt glaube ich gar kein Startmenü. Ah, okay, die sind hier, um denen einzuhelfen. Aber einen zweiten sehe ich hier gar nicht. Eine Waschanlage? Ne. Da stand zwei Torte irgendwie. Aber hier ist nur einer, also. Wo ist der andere Sanität? Der geht wieder zum RTW. Ja, und denen kann man nicht mehr helfen. Ich würde sagen, ich fahre nochmal kurz hier lang. Schauen wir nochmal kurz an, ob hier vielleicht noch irgendwo jemand liegt. Das ist wichtig, dass da keiner stirbt. Aber den einen habe ich ja verhaftet eigentlich und da stand zwei Tote und niemand verhaftet. Also irgendwas stimmte da glaube ich mit der Statistik nicht. Deshalb fahre ich einfach mal weiter und wir warten mal auf den nächsten Einsatz. Das ist mein Auto eigentlich unbeschädigt. Das ist wieder kaputt, das muss ich noch reparieren. Ich repariere es ja nach jedem Einsatz. Sieht auch schon besser aus. Das Motorrad kommt übrigens, wenn man, äh, hier. Das Alarm mit. Warte, ich warte mal kurz hier an der Seite. Nur um das mal anzusehen. Das ist es. So sieht das aus. Hallo, Kollege, alles gut. Okay. So, ich habe das weg und wieder zu. Ich weiß nicht, wie viele die jetzt verfolgen. Ich glaube das ist nur eine. Jetzt müssen sie dann reisen. Wenn das nichts ist. Ist der denn auf der Autobahn oder? Was? Zu Fuß unterwegs? Was? Was soll das? Der ist zu Fuß unterwegs. Dann können wir den ja leicht einruhen. Oh. Der ist da unten wahrscheinlich. Jetzt sind wir mal hier. Was? Der hat mich einfach erschossen. Wo ist der denn? Der ist da unten. Wie komme ich da jetzt hin? Ach, ich mache erstmal das... ...seug hier aus. Dann springe ich hier einfach mal kurz drüber. Und ruf eine RTW. Der hat mich einfach erschossen. Unfassbar. Wo ist der denn? Der hat gesagt zu Fuß. Ah. Ich bin mir zweifelig. Ich kann hier das unten absperren. Ich bin mir einfach von dem ein Fahrzeug. Queen Ju, we are on our way. Ich bin mir previous. Ich bin hier drüber. Ich bin hier an. Ah. Das ist das... ...eine Fahrzeug. Das erste. Was ich ihm zugeflückt habe noch. Zw The Zift. Na ja. Hier fährt ihn für uns erstmal keiner lang. Was soll das? Ich konnte aber nicht mal Platz für den RTW machen. Sie ist ja unfassbar. was soll denn das? Leute ich glaube hier müssen zweit mehr nicht drüber Aber ich dachte schon, ich werde jetzt verschwinden. Und dann nehmen wir noch zwei RTWs, wie wenn wir sagen wir mal, in der Inkel. Das ist auch der Fietzländer. Also hier sieht man, da bringt irgendwie so was ganz kleines. So eine ganz kleine rote Anidee. Ich glaube, das bringt nicht viel zu abschweren. Ja, wirklich. Die Kollegen sind da vom Rettungsdienst. Und das Blödsche, ich glaube, ich sollte da retten. Ja, schau dir den Mann. Ich glaube, der liegt da jetzt viel zu lange schon, oder? Hat der die Frau gerade mit Männerstunden, oder? Ich glaube, da kann man nichts machen. Das mit dem Schlagstock sieht irgendwie merkwürdig aus, wenn man aus dieser Perspektive herguckt. Und das ist irgendwie, na egal. Ach ja, der kann man 49.2 machen. Und das ist irgendwie auch viel zu laut jetzt. Okay, da hinten irgendwie. Also. Der wird beschwassen. Das ist einfach mal hier lang. Tut mir leid, aber ich war schneller von jetzt. Boah, der gibt aber gar... Was ist denn das für ein Rettungsnagel? Der ist aber nicht gerade freundlich. Oh, toll. Oh nein, nicht wieder. Diesmal fand ich richtig. Verdammt. Verdammt. Okay, da hinten ist er wieder. Was wollen diese Rettungswagen jetzt hier? Die müssen erfülliges Chaos an. Hier ist ein Fahrertypen, tut mir leid, aber... Der fährt über den Streit. Das ist viel zu gefährlich. Die müssen wir stoppen. Ich muss da auch gleich mal gucken, ob ich jemanden überfahren würde. Der darf auf keinen Fall kommen. Und ich schaue sofort mal nach, ob ich jemanden überfahren würde. Aber zum Glück... Das ist der Strand fast. Die verlieren ihn nicht, oder? Die dürfen er nicht verlieren. Ach, der kommt da wieder? Wie will diese Rettungswagen überfahren? Jetzt haben wir ihn. Ja, der eine musste ich auf jeden Fall nicht schießen, wenn er so am Strand rumfährt, Ja, der eine musste ich auf jeden Fall nicht schießen, wenn er so am Strand rumfährt, wo die ganzen... Das geht so nicht. Aber irgendwie hat noch jemanden besucht, oder so? Ich habe erstmal einen Transport. Ach, da ist noch jemand. Ja, gut. Und wo kommt der Krach? Ist das mein Fahrzeug? Ich würde mal sagen, das ist mein Fahrzeug. Das sieht so aus. Und hier noch irgendwo Verletzte. Der ist hier ja schon eine ganze Zeit lang rumgefahren. Hier ist niemand überfahren worden, oder? Wenn ich jetzt ein Scharf schützen werde. Nein, okay. Hier ist niemand überfahren. Okay. Okay. Da sind wir nicht da. Da sind wir nicht da. Da ist mal eine Schrott rein. Ja, das ist nicht das. Wir haben eine Suspente ins Gesicht. Ich sehe den Perf. Wir sind in der Fussung. Das ist nicht das. Ich habe einen Suspente an den Freitag. hier kann man ja super schnell rüberfahren ok ich glaube er ist da lang ja also der Wally ist auch schon ganz schön schnell würde ich mal sagen der Kollege ist auch schnell unterwegs aber ich bin schneller aber wie ist der nicht wieder RTW und überhört mich einfach ja hochbeschwindigplatz fahrt ist hier das freut ich nicht der hat einfach gewendet wir haben Units für Helikoptersupport über Peralta del Sol wir sind in Flugzeug und gehen in über wir haben eine Aufmerksamkeit in der Sputche für Sponco 3 Eagle 4, wir sind auf ok die Kollegen suchen auch mit ich mach mal hier hochgeschwindigkeitsverfolgung er wird doch nicht hier lang gefahren sein oder? das weiß man nicht ich glaube die fahren nicht falsch rum die Autobahn entlang oder? das war knapp hatte der hatte der nette Fahrer da aber noch mal Glück ich hoffe da war keiner drinnen ich guck kurz nach da war keiner drinnen nein da fällt mir auf ich hab ganz vergessen dem anderen da einen Rettungswagen zu rufen den ich erschossen habe aber ich hoffe die Kollegen kümmern sich darauf machen die natürlich nicht aber man kann ja mal so tun als würden die sich um sowas kümmern was ist der das? nein das fällt er gar nicht er ist aber nicht tot so gut tut mir soweit ich dachte das wäre der Täter ich muss da echt zweimal hingucken bevor ich irgendwas machen so wie da so ein gepanzert da war wenn ich mal sofort das ist das ist der ist jetzt wieder am Strand unterwegs ich glaube ich kann hier lang fahren ja